Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu einer Runde Hand Showdown mit Johnny. Ich habe den Helm getroffen. Ich habe den Helm auf. Ich habe den Helm. Ein Blieben fährt. Danke. Schuss in neuen. Wollt ein, was ich da bin? Wollt ein, was ich da bin? Doppelter Hinweis. Ich geh noch oben. Hier ist irgendwas. Die sind hier. Ja. Bei deinem Hinweis? Keine Ahnung. Ich bin doch nicht Künstler. Dann hole ich jetzt erst meinen, ja. Meiner ist geludert, aber weiß. Das müssen die doch gehört haben. Vielleicht sind sie auch in der Richtung weggelaufen. Aber wir müssen auch in die Richtung. Kannst du das? Ja. Und das hinten raus. Keinen Bock da in der Pfanne zu rennen oder so. Ja. Aber trotzdem, die müssen uns doch gehört haben. Warum? Weil du da ein Zombie abgestochen hast. Ach das meinst du. Hm. Das ist die Frage, wenn sie weggelaufen sind Richtung Norden haben sie es nicht gehört. Die fahren da genau noch da. Genau in dem Moment sind die ja auch da Hinweis geludet. Ich hab die ja gehört. Hm. Die standen halt. Keine Ahnung. Zehn Meter von mir. Hinter irgendwie zwei Wänden oder so. Hm. Der hat nicht gesehen hat. Und rechts. Krähen rechts. Hm. Hier waren vorhin die Schüsse, ne? Supply Point. Gehst du da hin oder nicht? Wohin? Zum Schüsse? Gehst du da hin oder nicht? Ja. 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 Ich nehm hier den Hinweis mit. Das ist direkt vor mir. Hm. Ja. Gut schon. Ja. 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 Das sind auf jeden Fall mehr als zwei, glaub ich. Na, ich hätte auch gedacht das so frei. Es wird so viel geschossen da. Ach, das ist die Scheiße, Alter. Ja, links. Siehst du sie? Ja. Ja, schön daneben. Oh mein Scheiße, Alter. Natürlich, Alter. Durch den Scheißbaum, Alter. Ja. Leck mich am Arsch, Alter. Alles klar. Du stehst direkt neben dem. Der wird auch auf dich zuhören. Kannst du mich retten? Erstmal muss ich wissen, wo die beiden sind. Denn wie du weißt, da sind ja noch mehr da. Scheiße, noch eins. Die beiden sind direkt am Arsch. Ja. So. Er ist links am Wasser. Er ist da. Ja, hab ich. Rechts, links von dir. Wo war das Fenster raus? Links von dir auf der Insel. Das hab ich geglaubt. Da. Der wurde abgebrannt. Ja moin. Schade. Ich hab nur ne Flash. Hab ich auch. Geht rein. Nichts getroffen. Ist auch nicht. Links. Hab ich. War nicht. Noch am Dingsen. Heilen? Wegrennen. 我 Arme. Ich schau. Ich gucke. Da ist ein Drogen. Alter, war mein Fehler. Oh, war das dumm. War das dumm. Ich hab immer, ich hab nen Lag, jedes Mal, wenn der fertig gebändischt ist. Immer. Und das ist genau dieser Frame gewesen, als ich um die Ecke gegangen bin. Kannst du mal gucken, warum was zu tun? Ja, ja, hier ist nichts zu machen. Also, hast du noch was zum Heilen? Oder musst du dich heilen? Nö, aber mir fehlt halt jetzt eben ein großer Kernerbeil. Mauselagant. Hier liegt ne Uppercut. Er hat zwei Mal nen Hit gekriegt von der Statik, also stand immer noch. Digga. Ja, die macht nicht so viel Damage auf Entfernung. Oh. Oh, ist ne schöne. Uff. Den hatte ich schon. Aber warum liegen hier so viel Waffen? Wo ist denn hier ein Körper? Hier. Ja, nee. Hier liegt was. Ja, die gehören beide zu dir. Willste das Ding aufheben? Wo ist denn? So, klar. Also, willst du mitnehmen? Oh, ich ne. Uff. Nehme ich die Musi noch mit? Oh, warte mal. Ich brauche noch Money. Ich trau dir. Puh. Sehr, sehr schön. Da haben die Platzpatronen wieder richtig gut funktioniert. Er hat sich nicht getraut rauszugehen. Aus seiner Ecke. Hast du hier noch irgendwo Money gesehen? Naja, alles leer. Ich gucke auch gerade. Shotgun oben reicht mir eigentlich schon. Ja. So ich auch. Alles weg. Also, oben lagen drei, ne? Drei. Hier draußen liegen auch noch zwei. Fehlt aber noch irgendwer. Abgeschnittene. Fragant. Also, er muss hier drüben, hat er was hingeschmissen und ist jemand gestorben. Ja, auf der kleinen Insel. Ja. Ich würd aber erst gern noch Munitionen looten, bevor ich die loote. Er hat bestimmt gleich zwei Shotgunschüsse looten. So wohl liegt noch einer. Hier muss noch auch einer liegen. Hier und einer liegt da drun. Ach, der nicht. Das war bestimmt ein großes Dynamitbündel. Alter, wenn der den da gekillt hat. Das ist bitter. Das war irgendwas feuermäßig. Du hast den ja getroffen, oder? Nee, den auf der Insel hab ich noch nicht getroffen. Ah ja. Nee, hier liegt er. Gut. Dann haben wir... Eins, zwei, drei... Fünf. Nee, sechs. Zwei Platzpatronen. Weißt du den hier unten auch? Mach ich gerade. Nee, den hier unten. Bei mir. Da. Stimmt, den gibt's auch noch. Sechs plus wir beide. Fehlt ein Team, ne? Ja. Hm? Ein Team fehlt. Ja, kann sein. Dann gehen wir mal Richtung... Assassine, ne? Ja. Ja. Upsa. Gieß doch mal was, ne, ne? Ne. Ich seh'n, ich hab' noch mal geguckt, hab' man noch was zwischen gehabt. Und... Naja, dann. Hier ist noch gleich ein Ausgang. Lass den mal, lass den mal machen. Ja. Schön. Warum... Gibt's für den Butcher... ...mehr Geld... ...als für den Assassin? Scheiße. Und... Mehr Hinweise? Ne, ne. Für das Ding an sich. 300 fehlt in Butcher. Ich könnte jetzt nicht genau sagen... Gibt's ja nicht immer... 1000 Cash insgesamt. Ist ja nicht immer ein Boni oder so? Ja, aber haben wir ja trotzdem beide gekriegt. Ja, so ein Kartenboni, ich weiß es nicht. Vielleicht kann dir das doch sagen. Ja. So, dann bringt der immer 300. Muss er. 350 eigentlich, glaub' ich. Ne, 300 Kopfgeld. Wenn wir 3 gekillt... Ja. Und der Assassin gibt 200 Kopfgeld nur. Hm. Ehm, mal gucken, was das da... Das hab' ich letztens schon mal gekriegt. Oh, was... ... mit dem Totenkopf. Keching, Keching... 7... 8 Level... 9 Level... 10... Alter... 11... 12... 9... Ah, er spoilert wieder. Ist ja eklig. Und dann, dass du merkst, weil du mich aufgehoben hast. Die Punkte krieg' ich ja nicht. Nö... So... Verzeihender. Ganz knapp. Ganz knapp vom nächsten... So... Was haben wir denn hier? Spießrudenlaufung gekriegt. Warte mal, Missionsdetails. Was ist denn das gewesen? Das waren nur 3... Den, den, den... Ja, stimmt. 3. Aber es war halt ein episches Battle. Es wird hier nicht aufgelistet. Es war irgendwas mit... So ein Typ mit Zylinder und einem toten Kopf. Hm... Kenne, ich hab' ja auch schon mal gesehen, aber ich weiß, wann was es ist. Losenten wir mal... Losenten wir mal... Die Tapes checken. Gut meine Lieben. Das war eine... Intensive Runde. Ah, ist eigentlich immer intens. Ja. crostit today. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Wenn dem so sein sollte. Ihr wisst Bescheid. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.